Was geht YouTube und einen wunderschönen guten Tag. Es ist mal wieder diese Zeit des Jahres. Wir sind ja fast im Dezember. Die WM-Auslosung ist jetzt raus. Und ich glaube, das vierte Jahr oder fünfte Jahr am Stück kommt jetzt hier die große WM-Prognose. Es reimt sich nicht nur, sondern ist auch wunderschön. Denkt dran, ihr könnt euch das wie ein Podcast reinziehen, theoretisch. Ihr müsst jetzt nicht die ganze Zeit so auf den Bildschirm schauen. Wenn ihr darauf natürlich Bock habt, ist natürlich jetzt nicht so viel Bewegtbild, weil ihr seht nur die Facecam und der Rest ist relativ statisch. Wenn ihr Bock habt, dann hört ihr es einfach mal an. Macht nebenbei den Haushalt, esst was Schönes oder so, hocht euch was zu trinken. Genau, Leute. Ich mache das wie immer in Photoshop hier. Das heißt, mit der Formatierung hin und wieder mal ein bisschen schwierig. Ich habe mir den Wikipedia-Turnierbaum diesmal gezogen. Habe ich, glaube ich, letztes Jahr auch schon. Da kann man ganz gut in diese Lücken reinschreiben. Und genau, das machen wir heute. Bevor es losgeht, noch eine kurze Info. Da muss ich mal kurz Werbung einblenden. Den Dartspool-Adventskalender, Leute. Den könnt ihr jetzt auf jeden Fall noch kaufen. Der ist wirklich sehr, sehr wild. Und ihr wisst, da sind Darts drin. Die gibt es nur in diesem Adventskalender. Link dazu ist in der Videobeschreibung. Und auch wenn ihr jetzt sagt, okay, ich will den gar nicht jeden Tag aufmachen, sondern ich mache den einmal auf und nehme alles raus, ist es trotzdem noch ein dicker Win für euch. Das Ganze ist aufgeteilt in obere Hälfte 1, obere Hälfte 2, untere Hälfte 1 und untere Hälfte 2. Und dann natürlich noch Halbfinale und Finale. Wie immer also. Und wir gehen rein ins erste Spiel. Let's go. Und zwar haben wir hier, das Ganze ist ja nach der Setzliste geordnet, die 1, die 32 und so weiter. Haben wir hier Luke Woodhouse gegen Vladislav Omelchenko, den ich persönlich nicht kenne. Und da ich da Luke Woodhouse vorne sehe, schreibe ich das auch mal hier rein. Woodhouse ist eigentlich immer ein ganz steady Spieler. Der ist eigentlich wirklich immer da und ich denke mal nicht, dass er da jetzt Probleme haben wird. Am Ende des Tages werde ich mit dem Plan eh wieder ausdrucken. Dann werde ich wieder überall eintragen, was richtig ist und was falsch ist. Und dann gucken wir einfach mal, ja, wie, weil ich diesmal komme. European Championship, da war fast alles falsch. Das war der Wahnsinn. Okay. Ryan Meikle gegen Lisa Ashton. Letztes Jahr war Ryan Meikle's erstes Spiel gegen Fabian Schmutzler. Das weiß ich noch. Gegen Lisa Ashton sehe ich ihn ganz klar vorne. Also von Lisa Ashton dieses Jahr generell noch nicht so viel gesehen. Muss man ganz ehrlich sagen. Und deswegen sehe ich Ryan Meikle hier vorne. Oh, die Runden werden aber auch schon wieder interessant hier in der zweiten Runde. Aber wir machen das heute mal ein bisschen anders. Und zwar sonst habe ich immer alle ersten Runden, alle zweiten Runden etc. Aber wir machen das jetzt so, dass wir immer ein Viertel komplett durchspielen. Dass wir dann quasi aus diesem Bracket hier, dass wir da die Viertelfinalisten einfach schon haben. Okay. So. Adam Govlas gegen Richie Burnett. Richie Burnett hat sich ja im Last Chance Qualifier durchgesetzt. Der ist ja wirklich auch, also ich glaube, das ist eines der schwersten Turniere, die es auf der Welt gibt. Weil du weißt einfach, alles hängt dran, ob du das jetzt schaffst oder nicht. Das ist natürlich auch immer so eine Sache. Ich würde tatsächlich so vom Gefühl her sagen, dass das Adam Govlas macht, weil er gerne auf der Bühne spielt. Er ist vielleicht eigentlich der Underdog, aber man hat jetzt auch nicht so viel gesehen in letzter Zeit von Burnett. Deswegen gehe ich dann mit Govlas. Schauen wir doch mal, ob das dann am Ende stimmt. Simon Whitlock gegen Christian Perez. Da, okay, schwer zu sagen, Simon Whitlock auch kein gutes Jahr gespielt. Im Übrigen, sorry, falls ich mich manchmal spreche und so. Ich schneide das Ding halt nicht. Also ich habe jetzt am Anfang zwei Schnitte gemacht, um das Ganze einzustellen. Und ja. So, da bin ich auf jeden Fall trotzdem. Ja doch, ich bin bei Whitlock. Whitlock hat zwar jetzt wirklich kein gutes Jahr gespielt, aber bei der WM würde ich ihn gerne auch nochmal gut spielen sehen. Ich tippe ja auch gerne mal so ein bisschen nach persönlicher Präferenz irgendwie. Perez ist auch ein guter Spieler, aber ich glaube, dass wir da schon den Wizard vorne haben. Jim Williams gegen Sebastian Bialetsky. Hmm, das ist ein sehr schweres Spiel zu tippen. Das ist ein, Jim Williams eher so der Routine und Bialetsky halt der junge Spieler. Ich weiß nicht, ob es seine zweite oder erste WM ist. Ich glaube, es ist tatsächlich erst seine erste WM. Ich sage, Jim Williams gewinnt das Spiel. Fragt nicht warum. Ist einfach Intuition, Williams. Und ich sage, der Bialetsky kommt damit noch nicht so gut klar. Ich weiß gar nicht, ob es auch Jim Williams erste PDC-WM ist, um ehrlich zu sein. Da kann ich nichts zu sagen, aber kann auch sein, dass es nicht so ist. So, dann haben wir Willie O'Connor gegen Bo Greaves. Das ist ein richtig geiles Spiel. Nicht nur, weil der Gegner dann am Ende gegen Gabriel Clemens spielt, der Gewinner, sondern auch, weil Bo Greaves einfach die beste Dartspielerin der Welt ist. Und da kann man auch nichts gegen sagen. Sie hat bei der Women's Series, glaube ich, 56 Spiele am Stück gewonnen. Also sieben Turniere. Oder acht Turniere. Also es ist einfach der absolute Knaller. Sie ist so viel besser als alle anderen, die es bis jetzt gibt. Und die hat auch im Women's Final dieses Jahr, hat sie irgendwie auch in der BDO, also in der WDF, hat sie, glaube ich, auch irgendwie so krass gespielt. Aber, aber, das ist schwer, ey, Mann. Ich sage trotzdem, O'Connor gewinnt es. Aber hier ist die Möglichkeit definitiv vorhanden, dass das anders läuft. Also nage ich mich nicht drauf fest. Das wäre natürlich krass, wenn Bo Greaves das holen würde. Wäre schon geil irgendwie. Dann haben wir Richie Adhouse gegen David Cameron. Ja, Richie Adhouse, auch so ein Spieler, den sieht man nicht so oft im Jahr. Den sieht man meistens bei den Players' Championship Finals, bei der UK Open und bei der WM irgendwie. Und hier und da mal auf der European Tour. Und der Gewinner danach gegen Danny Nobbert, auch sehr interessant. Ich glaube tatsächlich, dass das der Adhouse macht, weil er einfach auf der Tour unterwegs ist. Ich weiß nicht, ob Cameron auch auf der Tour ist aktuell. Aber ich glaube, der hat sich über Nordamerika qualifiziert. Und da sind dann die Tour-Card-Holder meistens im Vorteil. Wenn ich Quatsch erzähle, erzähle ich Quatsch. Dann haben wir Alan Suter gegen Mel Cumming. Und da muss ich sagen, da habe ich letztes Jahr wirklich gut getippt. Weil ich hatte Suter sehr weit neben alle geschrieben, hey, niemals. Und dann war er, glaube ich, im Viertelfinale. Und das wird sich auch hier so fortführen. Also sage ich das zumindest an diesem Spiel. Da wird Alan Suter gewinnen. Auch einfach, ja, du spielst halt gegen den internationalen Qualifikanten, der halt wirklich viel weniger Erfahrung hat als du. Da sollte man als Alan Suter das Ding meiner Meinung nach schon gewinnen. So, wir gehen mal ein bisschen weiter hier rüber. Und zwar in die dritte Runde jetzt. Das heißt, wer wird die zweiten Runden gewinnen? Ja, hier oben wird es der Gervin Price machen, meiner Meinung nach. Da muss man wirklich nichts zu erklären. Es ist einfach so, wie gesagt, aktuell ist alles möglich auf diesem Circuit. Die sind alle so ähnlich gut geworden. Also da kann irgendwie jeder 110 spielen. Das ist der absolute Wahnsinn teilweise, was da auf Turnieren abgeht. Muss man schon mal sagen. Und ich will dieses Traum-Rematch haben vom Grand Slam. Und deswegen gehe ich hier mit A wie B. Ich bin auch sehr froh, dass Van Barneveld dieses Jahr so gute Leistungen abgerufen hat. Beziehungsweise jetzt halt Ende des Jahres. Weil ich habe die ganze Zeit gewusst, er hat es noch in sich. Und als er es dann jetzt mal zeigen konnte, habe ich mich sehr gefreut. Also ein Halbfinale beim Major, das ist schon aller Ehren wert. So, dann haben wir Ryan Searle gegen Adam Gavler. Searle absolut nachgelassen über das Jahr, muss ich ganz ehrlich sagen. Eigentlich schade, weil ich ihn echt sehr, sehr gerne gucke. Ich sage trotzdem, dass er das Spiel hier gewinnt. Aber da war Anfang des Jahres deutlich mehr drin. Also da war er wirklich auch in diesem FTI-Ranking irgendwie auf Platz 4 oder so. Also ganz weit oben. Das ist schon ziemlich krass. Rossi de Souza gegen Whitlock. Von de Souza dieses Jahr auch zu wenig gesehen. Und deswegen sage ich, der Wizard holt sich hier mal einen Win. Holt sich hier mal einen Win gegen de Souza. Warum nicht? Muss man auch erstmal machen. So, James Wade gegen Jim Williams. Das ist von Namen her schon ein bisschen langweilig. Und ich glaube, auch das Spiel wird jetzt nicht so geil. Es sind beides eher so die, ich sage jetzt mal, entspannteren, konstanten Spieler, die jetzt aber nie was richtig krasses abreißen normalerweise. Und dann sage ich, dass sich da James Wade durchsetzen wird. Ja, einfach auch die Erfahrung mal wieder. Gabriel Clemens gewinnt gegen O'Connor. Das ist meine Meinung. Ich finde, er ist der bessere Spieler. Und er gefällt mir eigentlich ganz gut auch dieses Jahr. Und deswegen sehe ich da Clemens vorne. Danny Noppert schlägt danach Richie Aethouse. Weil Danny Noppert einfach einer der besten Spieler der Welt geworden ist. Also was der dieses Jahr auch wieder alles gemacht hat. Also ich scherze mit meinen Kollegen manchmal und sage, die PDC muss sich schon einiges einfallen lassen, um ihn nicht in die Premier League zu tun. Weil der hat jetzt wirklich echt viele Majors weit gebracht. Hat der UK Open gewonnen etc. Das ist schon wirklich ziemlich gut, würde ich sagen. Dann haben wir Daryl Gurney gegen Alan Suter. Und da gehe ich mit Suter, weil Gurney dieses Jahr auch, also man sieht da halt leider fast gar nichts mehr irgendwie. Tut mir auch echt leid. Er war immer auch so die nordirische klare Nummer 1. Das wird sich definitiv ändern durch Josh Rock und so. Ist echt bitter, aber ich sehe ihn hier leider ausscheiden. So, dann haben wir hier die nächste Runde. Ich rutsche mal wieder ein bisschen rüber. Und dann haben wir hier Price gegen Van Baneveld. Da sehe ich Price als Revanche zum letzten Spiel. Dass er sich das jetzt gewinnt. Und dass er sich das jetzt holt, wollte ich sagen. Und jetzt ist die Frage, Wen lasse ich denn hier weiter? Sirl oder Whitlock? Ich sage, hier fängt sich Sirl und holt das. Ich sage, die WM wird ihn sehr, sehr zufriedenstellen. Und dann haben wir hier Wade gegen Clemens. Ich glaube, ich sehe Clemens vorne. Weil von Wade auch jetzt die letzten Monate nicht mehr so viel kam. Und warum nicht, oder? Ist auf jeden Fall im Bereich des Möglichen. Und dann haben wir Danny Noppert gegen Alan Suter. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, da gibt es für mich nur einen Ausgang aktuell. Und das ist Noppert. Jetzt kommen wir schon zum Ende dieses Brackets. Und tippen, wer im Viertelfinale spielt. Und das ist oben meiner Meinung nach Price. Und unten ist es Noppert. Also das heißt, die beiden sind dann nicht Noppert, Noppert. Die beiden sind dann hier in dem Bracket. Und der Halbfinalist von den beiden ist Price für mich. Den kann ich dann hier auf jeden Fall schon mal auch... Auch Mann! Den kann ich hier auf jeden Fall auch schon mal eintragen. Okay. Dann haben wir das erste Bracket fertig. Price macht das von Noppert. Kommen wir zum zweiten. Ihr seht, dass wir wieder eine ganz gute Länge haben, das Video, denke ich. Also geht es jetzt weiter. Dann haben wir hier Jermaine Vatimena gegen Nathan Rafferty. Und das ist auch ein sehr, sehr cooles Spiel, weil beide erstens relativ schnell spielen. Und Vatimena sich auch ein bisschen wieder mehr gefangen hat, finde ich. Also muss ich schon sagen. Ich habe hier ein bisschen mehr reingezoomt, oder? Kann das sein? Ich glaube, ja. Okay, das ist vielleicht ein bisschen extrem, obwohl das geht schon so. Okay, da kann ich wenigstens vernünftig schreiben. Ja, ich sage, dass Vatimena das Spiel gewinnt, weil er einfach eine gute Form hatte. Jetzt in aktueller Verfassung so Vatimena. Und ich glaube, dass Rafferty ist zwar auch ein super Spieler, aber ich glaube nicht, dass es da reichen wird. So, dann haben wir jetzt im nächsten Spiel den Gegner für Martin Schindler. Und zwar Martin Lukman oder Nobuhiro Yamamoto, den ich persönlich noch nicht kenne. Und da Martin Lukman so ein gutes Jahr spielt, sehe ich da Lukman auf jeden Fall. Und das ist natürlich ein echt krasses Spiel. Die beiden haben das öfter jetzt schon mal gegeneinander gespielt. So, ich glaube, meistens mit einem guten Ausgang für Luke. Manche bin nicht mehr ganz sicher, aber da kommen wir gleich zu. Ja, dann haben wir hier ein Spiel, was auch sehr, sehr interessant wird. Ricky Evans gegen Fallon Sherrock. Und das ist natürlich auch sehr interessant. Gucken, ob die Queen of the Palace, die ja jetzt sehr spontan das doch nochmal zur WM geschafft hat. Zum, wie soll ich das sagen? Alter Maron, meine Stimme, ey. Hört ihr das? Ich bin immer noch krank. Ich bin seit drei Wochen krank einfach. Es nervt so heftig. Ähm, ich denke, dass wir, äh, ja, da bin ich schon wieder halb durchgedreht, weil ich gesehen habe, die ganzen Leute, wie die wieder Sherrock haten, als ob die was dafür könnte. Also die Chance hätte jeder angenommen. Keiner hätte gesagt, nee, ich spiele das Ding nicht. Wenn sie mich schon einladen, ja, dann ist es halt so, die PC hat sie eingeladen. Dann sollte man es auch akzeptieren und jetzt spielt die da halt mit. So, mein Gott, wisst ihr, was ich meine? Das ärgert mich immer so extrem. Dieses Missgünstige auf Social Media. Ich habe das ja öfter schon mal angesprochen. Aber in dem Fall finde ich es schon ziemlich extrem immer. Und Ricky Evans ist natürlich ein lustiger Gegner, weil ihn könnte ich mir auch vorstellen, dass er das mental irgendwie nicht schafft. Aber ich, äh, ich sage trotzdem, dass er es, dass er es gewinnt. Aber das wird ein richtig interessantes Ding, weil er ist auch so ein lustiger Typ. Das könnte sehr gut werden. Adrian Lewis gegen Daniel Larson. Da sehe ich Lewis vorne. Ich muss ja nicht zu jedem Spiel immer alles erklären. Keegan Brown gegen Florian Hempel. Puh, Keegan Brown hat dieses Jahr ein, ähm, Dingens, ein Titel gewonnen, oder? Ich glaube, er hat dieses Jahr ein Players Championship gewonnen. Boah, schwierige Sache, äh, schwierige Sache. Komm, wir machen es mal durch die deutsche Brille und lassen mal den Floor durch. Dann haben wir Cameron Manzies gegen Diogo Portela. Und da gibt es für mich nur Manzies. Also Manzies ist ein guter Spieler und Portela, da habe ich in den letzten Jahren wirklich nichts mehr gesehen. So, hat sich gerade so im Brasilien-Qualifier, im Südamerika-Qualifier durchgesetzt. Also das war auch nicht wirklich mit einer guten Leistung kombiniert. Und, ja, das sehe ich dann halt leider so rum. Andrew Gilding spielt gegen Robert Owen. Und nach dem Jahr kann man da nur eine Entscheidung treffen, und zwar Gilding. Er hat so ein krasses Jahr gespielt. Also wirklich Respekt. Ich bin auch irgendwie ein Fan von ihm geworden. Ich weiß nicht genau warum. Also ich kann ihm echt gerne zugucken. So. Dann haben wir Gerhard Nenches gegen Leonard Gates. Ein Duell der Generation. Ich glaube, zwischen den beiden liegen auch 25 Jahre oder so mindestens. Ähm, boah, schwierig. Ich hätte irgendwie Bock, dass Gates das gewinnt. Und deswegen gebe ich auch Gates den Winn hier mal. Ist zwar aber wahrscheinlich auch eher Nenches, weil er der erfahrenere Spieler ist. Aber man weiß ja nie. So. Dann haben wir Michael Smith gegen Jermaine Batimena. Da kann es für mich nur Michael Smith geben. Weil er einfach dieses Jahr sein erstes Major gewonnen hat. Ich meine, er ist jetzt endlich nicht mehr nur der Shanghai Darts Master, sondern er ist jetzt auch der Grand Slam Champion. Und da führt kein Weg an ihm dran vorbei. Martin Schindler gegen Martin Lukeman. Das ist mal wieder sehr, sehr interessant hier. Interessant auch hier. Oh, geil, ey. Oh, ich sag Martin Schindler. Einfach, weil ich es wie immer gerne hätte. Und dann spielt er gegen Michael Smith. Oh mein Gott, wie geil wäre das bitte. Oha. So. Dann haben wir Joe Kallen gegen Ricky Evans. Da sehe ich Kallen vorne bei der WM. Ja, ein bisschen Wundertüte immer. Aber ich erinnere mich da an dieses eine geile Spiel gegen Van Gerven vor zwei Jahren. Das war wirklich sehr, sehr wild. Und ich glaube, dass Evans ein wirklich machbarer Zweitrundengegner ist für den Kollegen Kallen. Und deswegen sehe ich ihn hier vorne. Damon Hatter gegen Adrian Lewis. Ja, Hatter irgendwie die letzten Wochen auch nicht mehr so am Start wie vorher. Also da waren schon ein paar Leistungseinbrüche dabei. Lewis aber auch wie immer kommt nicht so richtig aus dem Knick. Also das ist für mich ein Fifty-Fifty-Ding. Und da sehe ich dann aktuell Hatter vorne. Wobei natürlich Lewis Doppelweltmeister würde ich mich mehr freuen, glaube ich. Weil Lewis einfach, dem würde man es immer gerne, dass er wieder nach oben kommt irgendwie. Und in dem Fall wäre das auch so. Luke Humphreys gewinnt danach gegen Florian Hempel. Humphreys, müssen wir nicht drüber reden. Ist absolut einer der Spieler des Jahres. und spielt danach gegen den Routinier Vincent van der Voort. V, V, D, V. Genau, so ist das richtig. Das sehe ich auf jeden Fall so. Und ja. Dave Chisnell gegen Andrew Gilding. Oh, das ist auch krass. Das ist krass. Das könnte sehr, sehr spannend werden. Ich glaube, dass ich hier mal Gilding durchlasse. Einfach, weil ich Bock drauf habe. Und er kann auf jeden Fall Chizzy schlagen. Chizzy auch Wundertüte. Man weiß, er kann wirklich zwischen 89 und 139 gefühlt alles spielen. Und ich sage, jetzt wird der Gilding durch seine Routiniertheit ihn so ein bisschen auf dem falschen Fuß erwischen. Und Stephen Bunting gegen Leonard Gates. Boah, das ist auch schwierig. Da sehe ich aber Bunting vorne. Aber krass, dass der auch noch gesetzt ist. Irgendwie von Bunting auch so wenig gesehen dieses Jahr, finde ich. Aber naja. So, dann haben wir Michael Smith gegen Martin Schindler. Eieiei, Eiei, 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 Leute. Das ist natürlich, ja. Da muss ich jetzt dann auch irgendwann mal realistisch werden und Michael Smith durchlassen. Mich würde natürlich freuen, wenn hier ein anderer Name stehen würde. Und zwar Martin Lukemann. Nein, Spaß. Und zwar Martin Schindler natürlich. Aber, ja, ich denke mal, irgendwie muss ich auch dann so ein bisschen realistisch tippen. Und deswegen sehe ich Michael Smith hier als ersten Achtelfinalisten aus diesem Bracket. Dann haben wir Cullen gegen Hetter. Auch irgendwie so ein Klassiker mittlerweile. Und da sehe ich Cullen vorne. Cullen Smith auch so ein Klassiker. Also das ist ja auch sehr oft so. Humphreys gegen Thunderfond. Da sehe ich auf jeden Fall Humphreys vorne. Und Gilding gegen Bunting sehe ich Gilding vorne. Also Gilding kommt in meinem Universum ins Achtelfinale. Und ins Viertelfinale kommen dann Michael Smith und der gute Luke Humphreys. Und ich denke mal, dieses Bracket, dass die beiden das verlassen, da kann man relativ sicher von ausgehen, würde ich sagen. Es kann natürlich alles passieren, aber auch von der Leistung des Jahres wäre es halt absolut verdient, wenn die beiden das schaffen würden. Und dann zieht Michael Smith hier ins Halbfinale ein. So, Michael Smith. Zack. Okay, dann wäre am 2. Januar schon mal Price gegen Smith ein, denke ich mal, relativ interessantes Halbfinale. So. Weiter geht's hier. Wir sind drin im dritten Bracket. Und zwar in der oberen, unteren Hälfte. Also in der unteren Hälfte 1. Und ja, gucken wir mal, wer hier noch ins Halbfinale durchkommt. Hier haben wir Mickey Mansell gegen Ben Robb. Und ich habe noch über Mickey Mansell vor kurzem nachgedacht. Einfach, weil ich das so lustig finde, dass man den halt auch relativ selten sieht. Obwohl er eigentlich ein ganz guter Spieler ist. Also ich sehe ihn auf jeden Fall gegen Ben Robb vorne. Ich glaube, Ben Robb ist doch der mit der interessanten Kette früher, oder? Der hatte doch so eine richtig dicke Kette rum. Kean Berry gegen Grant Samson. Und Grant Samson ist der Grund, warum es Devin Peterson dieses Jahr nicht geschafft hat. Gut, neben Devin Peterson selbst. Weil er hat sich den Südafrika-Qualifier geholt. Ich kenne ihn persönlich noch nicht. Und das ist auch der Grund, warum ich Kean Berry da vorne sehe. Einfach, weil er, ja, auch immer durch konstante Leistung eigentlich von sich überzeugt. Da rutscht man in Daten, die 12. Und dann wieder 2 in die Triple 20. So kennen wir den auf jeden Fall. Genau. Oh, das ist geil hier. Das ist geil. Robbjohn gegen Lawrence Illigan. Das wird schon ein Banger. Das wird schon ein richtiger Banger. Und der gewinnt er dann gegen Vandenberg. Das ist natürlich sehr, sehr wild. Okay. Ich sage, es wird... Ich weiß nicht, ob Rust hier noch drin ist. Deswegen schreibe ich einfach mal Robbjohn hier rein. Ich sage, Robbjohn gegen Vandenberg. Das wäre echt sehr, sehr wild. Also das wäre so ein geiles Spiel. Ja, da haben wir hier... Oh, da ist sogar jemand, den kann auch Wikipedia noch nicht anscheinend. Und zwar haben wir Danny Jansen gegen Paolo Nebrida. Und... Danny Jansen wirklich... Ich glaube, ich war ja mit ihr auch bei der Q-School. Und ich glaube, er konnte selber nicht fassen, wie er da am Ende gespielt hat, dass er sich die Tourkarte geholt hat. Das war einfach nur noch wild. Dann fängt er die ersten Wochen an wie die Feuerwehren. Holt sich sogar im Players Championship-Titel. Dann ist natürlich alles ein bisschen abgeflacht. Aber ich sehe ihn hier trotzdem vorne. Danny Jansen-Legende auf jeden Fall. Auch öfter bei der European Tour dabei gewesen. Ist auf jeden Fall ziemlich wild. Dann haben wir Steve Beaton gegen Danny Van Tripp. Boah, das ist auch interessant. Ich sage, dass Beaton das Spiel leider verliert. Van Tripp ist ein guter, ein hungriger Spieler. Würde aber trotzdem mich freuen, wenn es Beaton macht. Aber ich sage, Van Tripp gewinnt das Spiel. Oder Van Tripp. Keine Ahnung, wie man es ausspricht. So. Jamie Hughes gegen Jimi Hendrix. Ja, Jimi Hendrix hat sich ja jetzt im West-Europe-Qualifier im Finale gegen den Maximizer durchgesetzt. Sehr, sehr knappes Ding für Max. Dann hätte er es doch noch fast irgendwie geschafft. Jetzt ist die Tour-Card weg. Und jetzt muss er die extra Runde in der Q-School drehen. Ich wünsche auf jeden Fall schon mal alles Gute von hier. Das heißt, er hätte dann gegen Jamie Hughes gespielt. Das ist ein machbares Bracket, würde ich sagen. Auch aktuell. Jamie Hughes nicht so gut. Aber Jimi Hendrix habe ich bis jetzt ein paar Mal gesehen. Fand ihn nie so wirklich gut. Und deswegen sage ich, dass Jamie Hughes hier in die nächste Runde einzieht. Boris Kritschmer gegen Toro Suzuki. Ah, interessant. Es könnten auch zwei sein, die sich vom E-Dart kennen. Und der gewinnt dann gegen Espinel. Ich sage, dass es macht Kritschmer. Im Übrigen, letztes Jahr, als ich meinte, ich kenne Toro Suzuki nicht, haben mir alle geschrieben, hey, wie kannst du sie nicht kennen und so. Und ich will mich dann immer rechtfertigen. Das Video ist dann aber schon online. Weil die Leute einfach mit Mikuro Suzuki verwechselt haben. Als ob ich die nicht kennen würde. Wisst ihr, was ich meine? Und dann so besser wüsste er sein, aber trotzdem alles falsch sagen. Sowas regt mich immer richtig auf. Und hier haben wir den Man of the Year. Josh Rock gegen Jose Justitia. Geiles Ding, Alter. Und der Gewinner gegen Callen Ritz. Boah, das ist wild. Da sage ich, das macht Rocky. Da tragen wir mal Rocky ein. Sehr, sehr geil. Okay. Sind wir in der zweiten Runde angekommen. Im dritten Bracket. Peter Wright gegen Mickey Mansell. Ja, von Peter Wright hoffe ich jetzt, dass da Ende des Jahres jetzt mal ein bisschen was kommt. Weil das ist teilweise wirklich gruselig, was da dieses Jahr nicht zusammenläuft. Also für einen Doppelweltmeister, also zumindest einen zweifachen Weltmeister, nicht Doppelweltmeister, ist das schon gar nicht mal so gut. Aber, naja gut, seine Frau hat auch wieder gesundheitliche Probleme und so. Ist halt scheiße auch, ne? Da kann man sich halt auch nicht reinversetzen dann. Ich wünsche ihm auf jeden Fall, dass er eine gute WM spielt. Und spielt dann hier in dieser Runde gegen Heibrecht. Heibrecht ist so ein WM-Spieler irgendwie, finde ich. Ich finde auch lustig, dass Heibrecht immer noch auf 31 gesetzt ist. Und ich finde, man sieht so wenig von ihm auch. Also gerade wieder in der zweiten Jahreshälfte recht wenig gesehen. Dimitri Vandenberg gegen Roby. Muss ich ganz ehrlich sagen, sehe ich aktuell Roby vorne. Vandenberg hat ja jetzt auch mit psychischen Problemen so ein bisschen zu kämpfen gehabt. Ist Vater geworden. Wirkt immer sehr, sehr unzufrieden auf der Bühne. Und Roby hat jetzt einfach mal Bock auf so eine dritte Runde. Und deswegen sehe ich Roby hier vorne. Und der wird dann gegen Ratajski spielen. Weil Ratajski auch absolut dieser WM-Routine hier schon mittlerweile ist. Ratajski gegen Roby dann hier an der Stelle. Johnny Clayton gegen Danny van Treib. Kann für mich nur das Ferret holen. Einfach zu gut. Auch zu konstant. Auch wieder, klar, nicht so viele Titel geholt wie letztes Jahr. Aber trotzdem in Ordnung. Brandon Dolan gegen Jamie Hughes. Tja, irgendwie auch so eine Partie. Irgendwie so ein totes Bracket hier so ein bisschen. Also das sind jetzt nicht, also von den dreien wird es auch keiner weiter schaffen, sage ich. Ich sage trotzdem, dass es hier irgendwie Dolan macht. Weil ich ihn einfach ein bisschen mehr feiere. Aber danach wird eh Schluss sein. Das kann ich schon mal spoilern. Und Espinel gegen Kritschma. Auch geiles Ding. Sehe ich aber absolut im Moment Espinel vorne. Der Mann hat sich wirklich wieder richtig reingekämpft. Das freut mich sehr. Hat auch viel weniger diese Dattitis-mäßigen Momente, wo er nochmal absetzt. Und da sehe ich ihn gegen Kritschma auf jeden Fall vorne. Kellen Ritz verliert dann gegen Josh Rock. Oh mein Gott, was ist das für ein geiles Bracket hier unten. Holy, das ist geil. Das ist richtig geil hier unten, muss ich sagen. Peter Wright gegen Kim Heilbrechts. Auch ein geiles Match auf jeden Fall. Aber ich sage, Peter setzt sich durch. Und spielt dann in der nächsten Runde gegen Ratajski. Weil Feierabend ist. Ratajski gegen Roby. Andersrum. Für Roby ist Feierabend gegen Ratajski. So. Johnny Clayton gegen Brandon Dolan gewinnt Johnny Clayton. Oh, ich freue mich jetzt schon wieder so auf TWR. Ich habe schon wieder so diese absolute Vorfreude. Das könnt ihr euch nicht vorstellen. Und Espinel wird dann gegen Josh Rock verlieren. Rocky kommt hier ins Achtelfinale. So, wer kommt jetzt aber ins Viertelfinale? Das werdet ihr euch jetzt fragen, oder? Ich werde es euch sagen. Es wird hier oben sein Peter Wright. Und es wird hier unten sein. Hm. 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 Was sagt ihr? Ich sage, es wird Rocky. Ja. Ich sage, es wird Rocky. Und ins Halbfinale wird dann einziehen Peter Wright. So. Peter Wright. Zack. Und da seht ihr, ein Halbfinalist fehlt noch. Das vierte Bracket. Natürlich angeführt von Mighty Michael van Gerwen. Von wem auch sonst. Kann ich ein bisschen reinzoomen. Danke. So. Los geht es hier in der Runde. Untere Hälfte. Zwei. Nils Zonnefeld gegen Louis Williams. Der Gewinner gegen Michael van Gerwen. Ist eigentlich egal, glaube ich. Ich sage, es wird Zonnefeld. Weil von Louis Williams tatsächlich ein bisschen weniger, als ich gedacht hätte. Ich dachte, er wird eher so diesen Josh Rock nehmen. Diesen Josh Rock Weg nehmen. Oder so ein Keen Barry. Aber dass es dann Josh Rock jetzt geworden ist. Gut. Hat er sich verdient. Aber kam für mich ein bisschen überraschend. Mike Dedecker gegen Jeff Smith. Der sich auch im Last Chance Qualifier durchgesetzt hat. Hm. Ich glaube, das macht Dedecker tatsächlich. Ich glaube, das macht Dedecker. Würde ich ihm auch einfach mal gönnen, so eine Runde zu gewinnen. Schön, dass er sich auch qualifiziert hat. Danach Karel Sedlacek gegen Raymond Smith. Ich weiß nicht, ob ihr euch noch die letzte WM daran erinnern könnt. Aber Raymond Smith, absolute Maschine gewesen. Hat da irgendwelche ganz legendären Spiele gewonnen. Und ja, deswegen sehe ich hier auch Raymond Smith vorne. Weil ich einfach Bock hätte, den einfach mal so ein bisschen weiterspielen zu sehen. Ich glaube, da kommt noch Ross Smith, oder? Ja, genau. Deswegen muss ich hier mal, schreibe ich hier mal Raymond Smith hin. Ähm. Also wirklich ohne Scheiß. Der hat ja dann Hempel rausgenommen und so. Der hat so krass clean geworfen die ganze Zeit. Ich fand das immer interessant. Deswegen fand ich schade, dass er es nicht in Europa versucht hat, sich die Tourcard zu holen. Ähm. Ja. Ist halt leider so. So. Dann haben wir John O'Shea gegen Darius Labanauskas. Hm. Da sage ich mal, dass wir da Labanauskas weitersehen. Kann er mal wieder einen Neuner werfen, sonst wird es langweilig. Labanauskas. Genau. So. Dann haben wir Scott Williams gegen Ryan Joyce, der sich auch der Letzte im Bunde, der sich über den Last Chance Qualifier noch qualifizieren konnte. Und das ist auch ein geiles Match. Das sind auch so völlig unterschiedliche Spieltypen. Einer mega extrovertiert. Einer eher so ein bisschen ruhig. Ähm. Ich glaube, dass Scott Williams das macht, weil er hat so ein krankes Jahr gespielt. Und mit seiner, äh, gelben, mit seiner gelben Schuhen, mit seiner gelben Hose. Das kann schon funktionieren. Aber Matt Campbell gegen Danny Baggish, das Nordamerika-Duell haben wir hier. Boah. Das ist auch krass für die beiden. Ich glaube, die sind beide richtig gut befreundet. Hm. Matt Campbell oder Danny Baggish. Schwierig, schwierig, schwierig. Ich sage, es macht Baggish. Einfach nur, einfach so ein Gefühl. Keine Ahnung. Vielleicht lege ich auch falsch. Madhas Rasma gegen Prakash Jiva. Ich denke mal, dass wir da den Tourcard-Holder durchkommen sehen. Und deswegen dann Rasma gegen Gary Anderson. Und der unterste, das unterste Bracket, Martijn Klärmarker gegen Han Shisheng. Und ich glaube, dass wir hier Klärmarker durchgehen sehen. Einfach auch wieder wegen der Erfahrung. Genau. Okay. So, dann haben wir oben ein holländisches Duell. Michael van Gerven gegen Nils Sonnefeld. Da sehe ich auf jeden Fall, ich denke, wir müssen nicht drüber reden, wie immer MVG vorne. Zuljovic verliert gegen Dedecker. Weil dieses Jahr irgendwie nicht so viel zusammen geht. Und Dedecker gewinnt das Ding dann einfach mal. Warum nicht? Dann haben wir Dirk van Drijvenbode gegen Raymond Smith. Und das macht die DVD. Da bin ich mir ziemlich sicher. Dann haben wir Ross Smith gegen Darius Labanauskas. Das macht Ross Smith. Jetzt kann ich R. Smith wegen des draus machen. Weil Raymond ist ja schon raus. Dann haben wir Rob Cross gegen Scott Williams. Oh, es ist so ein Banger wieder. Es ist ein Banger. Es ist so ein geiles Spiel. Hm. Ich sage, es macht Cross. Ich sage, es macht Cross. Aber es wird ein richtig enges Ding. Es wird ein richtig enges Ding. Mervyn King. Von dem habe ich auch seit zwei Jahren wirklich nichts mehr richtig krasses gesehen. Ist auch gut abgerutscht wieder. Gegen Danny Baggish. Ich sage trotzdem, dass hier King gewinnt. Da haben wir hier King's Cross, den englischen Bahnhof. Man kennt ihn. Genau. Dann haben wir hier unten Gary Anderson gegen Martas Rassmer. Und da bin ich mir ehrlich zu sein. Keine Ahnung. Ich glaube irgendwie. Ich würde mir ja wünschen, dass es Anderson macht. Und er ist halt so ein WM-Spieler. Deswegen schreibe ich es auf. Aber mit einem ganz dicken Fragezeichen in meinem Kopf. Weil Rassmer kann halt auch Dart spielen. Und Anderson gefällt... Also das ist wirklich der blanke Absturz leider. Und er verteidigt auch noch im Finale. Ich weiß gar nicht, wie weit er abrutschen könnte in der Weltrangliste, wenn er jetzt nicht gut spielt. Das könnte schon ganz schön wehtun. Chris Dobie gegen Martin Klermacher. Da sehe ich Dobie vorne. Dann schreiben wir das mal so auf. Dann sind wir in der dritten Runde. Van Gerven gegen Dedecker. Das macht dann Van Gerven. Das könnte natürlich der übelste Schock werden, wenn es andersrum läuft. Dirk van Dijvenbode gegen Ross Smith. Da sehe ich Dirk van Dijvenbode vorne. Das heißt, auch hier gehen wieder mal... Wobei hier sind ja eh dann Gesetze. Also hier sind die beiden... Ne, genau. Genau, hier kommt ein Ungesetzter. Und die beiden waren ja die Gesetzten. Und die beiden sind dann logischerweise auch wieder gesetzt. Dann haben wir Rob Cross gegen Mervyn King. Das gewinnt Cross. Oh, das sieht ja schon wieder hier sehr spannend aus. Und spielt dann gegen Chris Dobie, der gegen Gary Anderson gewinnt. Sage ich einfach mal so. Kann natürlich auch sein, dass es falsch ist. Sage ich auch immer gerne dazu. Van Gerven gegen Van Dijvenbode. Da ist dann Endstation für den Obergenius. Und Cross gegen Dobie. Oh, ist das interessant, ey. Hm. Ich sag Cross gegen Van Gerven. El Clasico. Und ins Halbfinale einzieht dann Cross. Ist natürlich jetzt wirklich kein spannendes Halbfinale, was ich getippt habe. Einfach mal so die ersten vier der Welt. Es sind halt jeweils die Gesetzten. Aber was soll man machen? Es ist einfach für mich das Wahrscheinlichste. Und jetzt ist es dann einfach auch nur noch auf gut Glück. Jetzt haben wir hier die Halbfinals. Price gegen Smith. Dann sehe ich den Bullyboy im Finale. Und er spielt im Finale gegen... Hey, wieso habe ich hier Cross denn geschrieben? Sorry. Sorry, kleiner Verdenker. Natürlich Van Gerven. Ich hoffe, ich habe es wenigstens gesagt. Und nicht nur falsch geschrieben. Spielt dann hier gegen MVG. Und das ist das gleiche Finale wie 2019. Mit dem gleichen Ausgang. Michael Van Gerven wird Darts... Ja, ich schreibe es hier nochmal hin. Champion. So, MVG Champion, sage ich. Ist meine Prognose. Schreibt mir gerne, was ihr anders seht. Was ihr ähnlich seht. Und ja, wir hören uns dann im nächsten Video wieder. Ihr wisst, zur WM kommt immer ein bisschen mehr. Haut rein. Bis zum nächsten Mal. Und ciao, ciao.